Berlin, Tag und Nacht Wegen Baby, steigen Emmy und Kretze gemeinsam aus? Lins Baby wird uns bei Berlin, Tag und Nacht auch noch in den kommenden Wochen beschäftigen. Besonders, weil es darum geht, das Jugendamt davon zu überzeugen, dass Emmy und Kretze diese richtigen Adoptiveltern für ihr Baby sind. BTN, Emmy will aufs Land ziehen. Achtung, Spoiler-Kretze, Emmy und Lynn gelingt es, an einem Strang zu ziehen. Als das Jugendamt ihnen erneut einen Besuch abstattet, machen sie tatsächlich eine überraschend gute Figur. Doch obwohl der Termin auch so ziemlich glatt läuft, brischt Emmy plötzlich vor und macht in Gegenwart der Sozialarbeiterin deutlich, dass sie mit ihrer kleinen Familie der Großstadt den Rücken kehren und aufs Land ziehen will. Wenn das Baby erstmal da ist, möchte sie ihr Leben völlig umkrempeln. Kretze kann nicht fassen, dass er und Emmy anscheinend so unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft haben. Als er Schmitte sein Herz ausschüttet, macht diese ihm klar, dass Kretze dringend mit Emmy reden muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020